Die Gerüchte um Hoonigs Tod begannen, als mehrere dubiose Nachrichtenseiten und unzuverlässige Social-Media-Accounts die Meldung publik machten. Diese Beiträge wurden in kürzester Zeit tausendfach geteilt und kommentiert. Besorgte Fans äußerten ihre Trauer und ihr Unverständnis, während einige Medien die Falschmeldung ungeprüft weiterverbreiteten. Es dauerte nicht lange, bis berechtigte Nachrichtenagenturen wie die Deutsche Presseagentur dpa und der Spiegel zur Richtigstellung gezwungen waren. Hoonig selbst äußerte sich in einem kurzen Video, das er auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen veröffentlichte. Ich bin wohlauf und bei guter Gesundheit, sagte der bekannte Schauspieler sichtlich fassungslos über die Gerüchte. Es ist unglaublich, was so eine Falschmeldung anrichten kann. Aber ich danke euch allen für eure Besorgnis und Liebe. In dem Video wirkte Hoonig gesund und entspannt, was sofort zur Beruhigung seiner Anhänger beitrug. Sein Management ging ebenfalls auf die Gerüchte ein und beklagte die Unverantwortlichkeit der Verbreiter solcher Fake News. Wir sind erschüttert über das Ausmaß der falschen Berichterstattung und deren Folgen, erklärte ein Sprecher. Es ist bedauerlich, dass in Zeiten von Instant News und sozialen Medien die Überprüfung von Fakten oft vernachlässigt wird. Solche Fake News sind nicht nur geschmacklos, sondern auch gefährlich. Die schnelle Verbreitung der Falschmeldung wirft erneut ein Schlaglicht auf das Problem der Desinformation in sozialen Netzwerken und den verantwortungslosen Umgang mit Nachrichten. Experten mahnen zur Vorsicht und zur zusätzlichen Überprüfung von Quellen, bevor man Neuigkeiten teilt. Jeder von uns trägt eine Verantwortung, wenn es um die Verbreitung von Informationen geht, so Medienwissenschaftlerin Dr. Claudia Mayer von der Universität Hamburg. Gerade in sensiblen Bereichen wie dem Gesundheitszustand und Leben von Menschen sollten wir umso genauer hinschauen. Ein weiterer Aspekt der Fake News über Heinz Honig war die emotionale Belastung für seine Familie, Freunde und Kollegen. Viele von ihnen erfuhren von der vermeintlich traurigen Nachricht ebenfalls über die sozialen Medien und mussten sich zunächst von dem Schock erholen. Es war ein Albtraum, sagte ein enger Freund der Familie, der anonym bleiben möchte, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wir waren uns nicht sicher, was passiert war und muss viele besorgte Anrufe und Nachrichten beantworten. Diese Vorkommnisse rund um die Fake News legten zudem erneut die dringende Notwendigkeit von Medienkompetenz in der Gesellschaft offen. Schulen und Bildungseinrichtungen sollten verstärkt darauf hinwirken, kritisches Denken und den Umgang mit Medieninhalten zu schulen, um der Verbreitung von Fehlinformationen Einhalt zu gebieten und solcherlei Missverständnisse zu verhindern. Schließlich bleibt festzustellen, dass Heinz Honig unverändert zu den großen Größen des deutschen Films und Fernsehens gehört. Sein fester Platz im Herzen seiner Anhänger wurde durch diesen Vorfall nur verstärkt. Honig bleibt präsent und kreativ, wie ihm viele seiner Projekte in naher Zukunft und ein gut gefüllter Terminkalender belegen. Somit können seine Fans aufatmen und sich auf weitere großartige Darbietungen freuen, ohne dass sie sich um seine Gesundheit sorgen müssen. Anita Farke, Montag, 22. Juli 24. Untertitelung des ZDF, 2020